If my heart can't stop it, I'll find a way to block it Adolue Lalalalalala Lalalalalala Adolala Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu der Last of Us Sie sich selbst finden, herausfinden was Sie vom Leben wollen Sie sind mich hier stehen geblieben Wow Alter, geil Flammenwerfer, what? Jo Ja, okay Okay, da Das ist geil Flammenwerfer Das ist... Ey, ist das geil Flammenwerfer Ey, wir machen das gleich dort Jetzt gehe ich da mal hoch Boah, wenn ich nur für die Schraubflänte Ammunition hätte Boah, wenn ich nur für die Schraubflänte Ammunition hätte Was ist denn noch oben? Ich habe ein Scheißgefühl irgendwie Oh! Hier war mal ein Ausguck Ein gutes Zeichen Schaufschwitz Ah, nicht Wenn ich das wissen würde Wenn ich das wissen würde Drück, äh Drück auf Pause, weil Ich lese das nicht, ne? Okay, da ist nix Ich habe gerade weggementiert Da war noch mal gegen Aber dass man so lange hätte gespielt habe Was haben wir denn? 057 Scheiße Ja, das wäre gut, weil ich schon fliegt Aber Ich wollte ja nicht da Ah Nachher Ja, ich habe Ich habe ein Ok, ich habe einen Munition mit dem Oh, perfekt Perfekt Dann Gehen wir wieder, ne? Ich habe einen Schraubfläten Okay, na los! Los! Komm her! Ja! Da ist nichts gut, da geht's nicht weit. Eieieiei. Ob er hieß nicht? Ah, da geht's noch viele Wege, ne? Oh, das wird Kater. Es wird langsam herbst. Wow, 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 was? Wo ist Kalos? Was ist Kalos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, der heißt. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Okay, hier ist nichts, ne? Nichts! Warum? Ich bin sicher, dass er weg ist. Ich bin gleich zurück. Ach, nein! Es sieht mir zusammengepfuscht aus. Ja, geil! Ich versuch mal den Strom einzuschalten. Ich wäre mir nachgedenkbar, wenn ich ein bisschen Munition hätte, aber... Ja, sonst flambiere ich es ja einfach scheiss drauf. Ich wäre da wirklich auch. Da geht's auch, ne? Da geht's auch, ne? Die sind ja alle hier. Ja, okay. Was? was der funk okay okay was geht ab Wie zum Teufel nochmal Ach das ist einfach an der anderen Seite Ach das ist einfach Ach ne Ich habe es mir noch keine. Das war das. So, wir können jetzt das Spiel nochmal mit dem Generator. Und los! Gut, dann können wir wieder runter. Wenn ich den Regner runter finde. Natürlich. Ah, hier. Perfekt, perfekt. Was? Ja, wie es wohl ist. Allein im Weltall zu sein. Das wäre cool. Glaube ich. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl... Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Oh nein. Na los. Ich lach nicht. Das wird nicht. Joan, bitte. Na los! Ich dachte, den kannst du nicht gut überzeugen, ne? Gehen wir. Was? Ja, eine ganze Harde. Ja, eine ganze Harde. Das kommt nicht gut. Geil. Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Hm. Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Ja. Vielleicht. Ja. Hey, Dirk. Fireflies. Hier, ne? Okay. Jetzt zum Tor. Ah. Da ist es. Da bewegt sich nichts. Wo ist es? Pass gut auf. Du auch. So. Kompassplone. Alter. Oh. Okay. Hier. Machen wir mal noch einen Minikit. Und dann noch mal eine Nagelbohm, wenn man weiß nicht. Okay. Jetzt können wir mal ein bisschen skillen, ne? Gesundheit. Ah. Und das war jetzt. Schwankende Waffe. Was? Reduziere schwankende Waffe. Ja, aber für auch... Oh. Auch... Keine... Scheisse, ne? Gut. Ja, wahrscheinlich, ne? Okay, weiter. Wo geht's gar nicht? Perfekt. Ja. Eine Türe wurde hier eingetreten. Nein, nein. Nein, nein. Tagebuch der Schrimp, ne? Wie lange ging das wohl gut? Ei, 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 du. Eisnakes. Nein, nein. Wo sind die? Ah, dort unten. Die Klickung war es gut. Inklusiv klicken. Nice! Ja, naiss, schlopfen die. Munitionen endlich. Was ist ein Klick? Ach schrei noch, Junge. Bist du bescheuert, Alter. Das wird sich gar nicht gut tun. Was ist ein Bloter? Oh, scheiße. Aber wie zum Teufel. Ähm. Okay, ich meine Seite schweißer. Jetzt wird es gefährlich. Jo. Das wird kleiner, Mann. Das ist gar nicht geil. Das ist gar nicht geil. Oh, was? Oh! Ja, nein. Ach komm, Alter. Jetzt muss ich eigentlich alles nochmal. Anlegg mich, Alter. In diesem Scheisspisser, Mann. Und das war der grösste Fehler, den ich je gemacht habe. Anleggen habe ich mich nicht verriebe. Aber dieses ist nicht voll. Oh, okay. Bist du, Alter. Ja. Vierter. Man muss das Worten nicht lang. Ich finde es nicht so gut. Bist du dir. Du bist zu scaven. Ja. Das ist swear. Das war's für heute. Ah, blöd, da ist taun! Ich sollte mehr mit diesen... Ich hätte das für die Aktien gedacht, gut zu wissen. Helder! Oh mein Gott! Komm, 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 komm! Puh! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Krass, Mann! Hier ist nichts! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! Ah, ist ja eine Tür! Ja, nice! Infizierte, mir gehts gut! Ei, ei, ei! Äh, Moment! Ah, ich muss den Wagen dort... Ah, okay! Mach das Tor für uns auf! Ja, ja, wir sind dran! Wir sind dran! Wie ist das? Ah, komm, Alter! Wir sind dran! Perfekt! Ja, wer ist das? durch nein ich glaube warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung, vielleicht machen die das auch ja, das versteh ich ok, na los da nicht, ok, wir sind dort komm keine Wache, kein gar nichts ja, langsam sollten wir jemanden treffen da gehen wir rein oh muss ich auf warst du in so einer schule an der universität zumindest nicht als studie als sarah kam war ich noch sehr jung warst du verheiratet eine weile was ist passiert okay zu viel zu viel wie da rumliegt das ist der hammer ha ha alt das gebäude ja scheint der eingang zu sein so gerostet hier kommen wir nicht durch vielleicht kommen wir rüber moment alter wie zum teufel sollen wir jetzt dort rein ah moment ah zwar jetzt werden wir gleich raus sind ob das wie zum teufel noch mal sollen wieder reinkommen das ist die frage das ist mit dem weizen oh vielleicht mit dem ja dann machen sie so okay nicht das was ich wollte okay nicht das was ich wollte aha ach ich habe alles was die wollen von mir ja jetzt mit dem zum truck dass wir dort hochkommen ja so wollte ich das nicht ja okay wir sind drin komm kleine gib mir die hand ja na bitte ja danke sehen wir uns um ja oh ja was ich glaube wenn ich mal munition hätte für alle und da da nicht nur gut mit ja 20 teile geil oh da werden wir das noch wir fast durchgelaufen dann mal los okay 80 20 zählen an mir moment ach ich brauche level 4 man fuck schuldre verstreuung ich weiss nicht ich brauche alles level 4 oder level 5 den bogen nicht haha ich weiss nicht schuldreung ja komm machen das gut mehr können wir machen im moment oder wir können noch mit dem revolver ich weiss gar nicht mit dem revolver wäre ich nicht zu schlacken damit wir ihn auch können ja geschreckt perfekt schön juhu feierplatz euer heilmittel ist hier ist da wer seien wir leise bis wir wissen was hier los ist nichts nützliches ist nichts außer medizinischem krempel ich kapiers nicht sieht aus als wären sie überstürzt geflohen vielleicht nicht alle davon bleib in meiner nähe mag nicht nicht die Bewegung zieht das ja Ja, sie macht auch wenn wir nichts wissen, was hier aufgeht. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Alter. Immer noch vor allem, ja geil. Munition bitte. Ich will nicht viel, ich will nur Munition. Alter. Ja, das ist gut. Leer. Leer. Perfekt, wenn wir immer gucken brauchen, wenn es leer ist, ne? Das hier niemand ist. Verwunder ich eigener. Perfekt. Boah, Sanueri. Das wollte ich gerade sagen. Ei. Karamba. Mist. Das sind dann wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Das zeigt mir auch kein Kegner an. Das ist ja noch was lustiger. Das ist schräg, ne? Ah, das ist nur ein Affe. Oh, was sind die Affen? Ja. Das ist ja noch ein Affe. Das ist ja noch ein Affe. Das ist ja noch ein Affe. Ja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Kommt weiter, wir werden es finden. Weihraja. Anhänger. Nice. Ich weiß noch não, wach sie gut sind, aber egal, ne? Hier haben wir alles. Da ist auch nichts mehr. Ok jetzt aber hallo? Wo sind die? Da muss doch hier irgendwas sein, ey. Ich bin mir noch so gut ausgerüstet, außer Munition. Wow. Wenn sie die Fireflies suchen, sie sind weg. Tch, was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald? Ich hatte Zeit nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reiner Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort, dabei die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind das Fireflies? Der Grund! Das war so klar. Was ist denn da mit ihm? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Wenn ich nur Munition hätte, mehr hätte ich... Wenn ich nur Munition hätte, mehr hätte ich... Äh... Ja, komm. Lass mich bei dem Moment so. Fireflies! Oh! Da gibt es doch was! Aufzeigen! Das war wenn... Ich habe ja auch zu... Aber jetzt... Ich hab ja auch zu. Ich hab ja auch zu. W räum! Ich hab ja einfach... was... W camera 노� ja... Oh nein. Der Beist. Oh mein Gott. Ja, wo? Yo. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alter, wie hat er uns gesehen? Das ist das, das ist das, das ist das, das größere, wie ich jetzt hab. Leute, ich glaub an dir schnell mach, hey? Das war's nicht, die Folge, wenn du mir gefallen hast. Daumen hoch, lass'n Abo da. Da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Outro 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 Outro